In erster Linie um viel Umsatz zu machen, aber auch um Eigenmarketing und Fokussierung auf die richtigen Objekte und Fokussierung auf die richtigen Kunden. Vor allem Letzteres ist enorm wichtig. Ö1 Morgenscharnal, Kräutertee und die U-Bahn-Fahrt ins Büro, das monatliche Remax-Ranking, je älter ich werde, desto besser wird mein Leben. Gutem Essen. Erdbeermarmelade. Mein unglaublich gutes Aussehen. Am Meer, an der Sonne oder auf der Couch. Ich habe vor einem Jahr den Jagdschein gemacht und ich denke, das könnte eine sehr lange Liebe werden. Meer, Schokolade und Essidisi und Mozart und Helene Fischer. Wann. 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 Wann.